Du Scheißknecht Emotes werden irgendwann nächste Woche kommen, Freunde, ich hab die jetzt angedingsert Wie lange dauert denn das? Also 3 Tage höchst Ja, also es dauert, also die sind in nächster Woche haben wir So, ich mach schon mal das Ding hier rein Ihr könnt mitraten, Freunde, das hat richtig vielen gefallen letzte Woche Wir machen das nochmal einfach Wenn du das richtige Video durch den Link finden kannst, kopiere einfach direkt einen Link in der Suchmaske Seid ihr lost, Digga, hab ich noch gemacht Achso, ich hab das Ding gar nicht Seid ihr lost Ich mach den YouTube den Link da rein Wir warten jetzt bis hinten der Knecht wiederkommt vom Pullern Ihr könnt gerne mitraten, ihr könnt gerne mit mich, was? Ihr könnt alles machen Fitness Fußballwetten gegen einen Fußballprofi, das kann in die Hose gehen Okay, bist du ready? Ja Gut, Freunde, es geht los Joa, das erste zählt nicht, das hab ich schon gesehen Also ich musste gucken, was das für ein Video ist Das weiß ich Ähm, ähm 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 Nationalmannschaften, Manchester United Nationalmannschaften, Manchester United Ja, du meinst am Anfang Nationalitäten irgendwas Denn du darfst Nationalmannschaften Okay, jetzt geht los Okay, Barca Paris Was? Könnte auch Paris sein Ich musste jetzt Barca Wenn du Barca sagst Barca Ja, ich sag Paris Einfach um dich ein bisschen Semedo, Frankie Okay, wer zuerst sagt, der kriegt einen Punkt, okay? Eins nur für dich Um Giftzaps, Freunde Bist du wieder vor mir? Ja, aber wenn du hast nur einmal Ne, ich glaub nicht Du hast nur einmal die Möglichkeit, was zu sagen Naja Also wenn du jetzt Barca sagst, dann kannst du es nicht korrigieren Weißt du, was ich wäre? Und das Video jetzt um einen Giftzaps Ja, ja, das geht jetzt um einen Giftzaps Eins nur für dich Leicester Boah, nicht verlauert Digga, du bist eine Maschine Er ist hier schon mal geguckt Habt ihr das gewusst? Wegen Didi Wegen Didi auf 6 Digga, das war gut Ohne Witz Das war gut von ihm Zitzer stört dich Nein, nein, nein Ich rassier dich 2-0 Guck Ramos, bitch Eins in den Chat, wenn ihr an mich glaubt Das war gut, Digga Das war nicht schlecht, sag ich dir ehrlich War mir der einzige 6er Bayern Bayern Man, warum wird denn so obvious, Dinger? Digga, als ich das mit Erne gemacht habe Wir haben die schlimmsten Sachen rausgenommen, ne? Ja, die sollen auch eklig gemacht, ne? Ja, wir machen das ja das eine Video nur 1-1 jetzt 1-1 Ne, 2-1 für dich, jetzt 2-1 für mich Und da? Barca Boah, süß Ich hab an PSG gedacht Ich sag auch PSG einfach Scheiße, das ist Paris Digga, Femini Das ist Paris, ja Es ist Paris Ich wusste schnell sagen, Digga Ich wusste schnell sagen Mach schon Mann Okay, chill Ich krieg das organisiert Jure Inter Du hast Chat geguckt oder so Ich schwöre auf mein Tod, ich hab nicht Chat geguckt Nein Ey, ich dachte wegen 3-5-2 hab ich einfach nie gesagt Ja, 3-2 3-2 3-2 3-2 Macht Sinn, macht Sinn Ja, ich hab auch nur wegen, ich hab Gabun gesehen 3-3 Ja, ich hab auf LV geguckt und dann hab ich Sokrates gesehen Ja, ich hab in Deutschland Real Boah Boah Verwerde, Alter Ist das Real? Ist das Real? Aber wer spielt Rechtsaußen? Da spielt nicht Vinicius eigentlich Oder? Stimmt Rodrigo Irre Ich war mir nicht unsicher deswegen 4-3 Ich war mir nicht unsicher deswegen, ja Oh, Hilfe Äh, wie heißen die? Dortmund Ja, scheiße Ich war schwer den Namen rauszufinden Dortmund ist gut gewesen 4-4 Wieso denn 3-4-3? Nein Wegen Hakimi Spielen 4-4 Chat Ich krieg das organisiert Hä? Hä? Äh, ich sag einfach Ajax Ja, nein Es ist Ajax Es ist Ajax Es ist Ajax Es ist Ajax 5-4 Scheiße Ja, Chat, ihr seid die Allerechten Ihr wisst es alle, ne? Knechte Das war ausgeglichen Nein Das war ausgeglichen Natürlich Chat, ich schwöre bei mir war es genau 1-1 Ja, okay, dann lass mich unschen Wir wussten beide 5-4, immer noch für dich Ist das Video ein bisschen laut, Leute? I really appreciate that, man I really think so Ich lese die Subskriche alle vor Juve 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 Ne, 2-3 Was hast du gesagt? Juve vor 10 Minuten ungefähr Ich hab gehört Porto 5-5 5-5 Das wäre voll geil, wenn die richtig schwere Vereine nehmen würde Ja, Mann, so wie grad eben, das war gut Ja Wie ist das? Wenn die West Ham nehmen oder so Was war das? Ajax war eklig Ajax war eklig Wenn die West Ham nehmen oder sowas Ja, Mann 5-5 Okay, viele gute Klubs Tottenham Ich war vor dir, oder? Wende Ich würd mir sogar den Punkt geben, aber ich sag unentschieden Ich glaub Discord ist ein bisschen verzögert Luka sagt auch, davor war ich auch vor dir, aber geil Jetzt? Naja Okay, wenn es zu knapp ist, dann sagen wir ihn vor Unentschieden 5-5, immer noch Ich wollte Son sagen, dann sagt Son Napoli Denk ich werde auch Nerppel sagen, aber warum Türke, hä? Ich sag's nicht Digger AC Mailand Charanoglu Oh yes Hast du den Chat geguckt? Ja, ehrlich Nein, nein, nein Ich höre, das ist so unfair Schwenkisch, Mann Schwenkisch, Mann Napoli Schwenkisch, Son AC Mailand Oh Atletico Fuck Let's go 2-4 7-5 Hä, ist schwer, das war nicht so einfach Also ist natürlich, aber es geht ja auch um die Zeit, Freunde Man muss ja schnell darauf kommen Man muss immer auf die Ausbrecher warten Ghana und Slowenien oder Slowakei Woher Oblak kommt Hä? Wie lange brauchen wir? City Boah Ach, Bernardo Silva LOL Ich war mir voll unsicher Ich hab nur Spanische Liga im Kopf Das war alles Also City City war nicht so Also wegen Wegen Portugal Ihr Arschgesichter 1-4 Which country is this? Jetzt komm, okay Land? Boah, Hilfe Hilfe Ich weiß es Ich nehme Serbien Serbien Ich werd Kroatien sagen eigentlich Ist es Serbien? Oh mein Gott Ich bin der Allerechte 7-7 7-7 7-7 7-7 Boah, das ist schwer Das ist richtig schwer Das ist richtig schwer Hilfe Brasilien Ich hab's eingeloggt Es ist Brasilien, ja Ja, ist Brasilien Okay, Chat No Emo Chat bei mir Ist Brasilien 2-4 1-4 Deutschland Deutschland Ich weiß es Egal Wheel Talk Da war ich mindestens 2 Sekunden vor dir Guck dir meinen Stream an Spur zurück Guck dir schnell meinen Stream an Mir ist ja auch so Also Das war mal die Stimme von dir Digga Also ich war wirklich, wirklich, wirklich vorne Aber egal Die Stimme war kurz vor mir Egal, egal Aber so auch bei mir vor Eins, ja okay, ein Vor noch für dich Unentschieden Das ist Discord Delay Aber war wirklich Ja, wenn knapp ist, dann sagen wir einfach X Spanien Oh mein Hä? Hä? Ich hab keine Ahnung Ich hab Spanien gesagt, es war zu spät Oh mein Gott Ich hab Spanien gesagt, es war zu spät Das war aber schwer Das war schwer, Digga Das war übertrieben schwer Argentinien Aber ich hab ja zu spät Ja überhaupt Ich hab'n Mein Nackenkissen Ich hab schon ein Stream hinter mir Eins hilft mir auch Kroatien Ich hab überlegt wie Kramaric Was Kramaric für die Nationalität ist Den hab ich einfach gesagt Vier vor Wie lange geht das Video noch Ich muss jetzt auf 3 Minuten Spanien 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 ist richtig Ja ich wusste aber ich muss jetzt Ich muss jetzt ganz Ich muss jetzt pokern 5 vor oder so Frankreich Ja ist richtig War mehr als geraten Er müsste eigentlich Riesmann auf 10 Ja aber Sturm Giroud Ja Vier vor Wird schwer Digga Hört auf mich zerhäten mit Belgien Ich hab nur Real gesehen Argentinien Fazio IV Doch 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 RF Dybala Aber wer LV Gomez Sechser Hä? Ja Alejandro Gomez LV Und Berreal Aber warum sind denn nicht die Guten Wo ist denn die Cardi und so Ich hab mich bewundert wo Dybala und so sind Ja Uruguay Oh ja Stark Oder? Ja Drei vor Nicht schleifen lassen ist das nicht Drei vor England War gleich Bei mir war es War rechtzeitig Genau Argentinien Argentinien Das muss Argentinien sein Naja Aber wer als Rechtsverteidiger Wer als Rechtsverteidiger Lamella vielleicht Ich nehme einfach einen von meinen Christel Uriel Boah was ist das los Digga Zwei Gefolgt Italien Einfach Verratti Rechts Chiesa Den hatte ich im Dings da Ja man Sirigo im Tor Ein vor Friede Du noch ein vor Wut Bitte gönnt noch zwei Jetzt nicht zu Ende Oh mein Gott Ist das schlecht Ja Fals berechnet Alles berechnet Mann Digga Ist das schlecht Alles berechnet Ist das schlecht Die Motschaft weg Leute Segen aggressiv Erg Gefolgt D Untertitelung des ZDF für funk, 2017